Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront 2. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und Grüße gehen heute raus an den Faber Game Nespresso Gaming, KKLP, Marc, Christian Helmobartier, Starfox, GM und den Leon Miguel. Vielen Dank für eure Kommentare. Leon Miguel hat gefragt, wann denn die Folgen so ungefähr kommen mit dem lieben Tommy. Ich schreibe mit dem Tommy eigentlich immer über Discord und da sagt er immer, ja wann hast du Zeit? Ich sage dann, ja sag du, wann du Zeit hast. Und da sagt Tommy immer, ja sag einfach, wenn du Zeit hast. Dann sage ich immer, ja kein Problem, sag einfach nur, wenn du Zeit hast. Also irgendwie kommen wir da nicht auf den Nenner, aber es soll bald passieren. Keine Sorge, ich werde ihn heute nochmal direkt da anschreiben. Ich habe mich auch Bock drauf. So, wir müssen ein bisschen skillen weiter, Waffen. Wir haben Endor gefunden. Die Runde ist noch halbwegs frisch, sehr schön und los geht's. Endor ist mal wieder schön, das habe ich schon lange nicht mehr. So, einfach nur Waffen skillen, wir müssen Kills mit der Waffe machen wie ein Schwein, würde ich sagen. Was da überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber wir müssen richtig viele Kills machen. Das hat weh. So, jetzt kriege ich erstmal HP wieder. Na, direkt zum Start erstmal ihn auf den Sack kriegen. Boah. So, die Waffe ist ja ganz geil. Sperrfeuer. Ist ja einer. Gut gemacht, der Schütz ist weg. Boah. Habt ihr beide getötet? Wie denn? Sauerei, ey. Fängt schon wieder scheiße an. So, komm. Mit der Waffe muss ich Kills machen und als Sniper muss ich Kills machen. Dann haben wir wirklich alle Waffenteile, die es im Spiel gibt, freigeschaltet. Was ja ziemlich geil ist, weil da kommt die DLC irgendwann oder die nächste. Und das wird ja spannend. Da kommen ja neue Helden etc. Mal gucken, was da noch alles dabei ist. Bin mal gespannt. Wie gesagt, da könnt ihr euch bei Tommy mal schon machen. Der macht tolle Updates-Videos. Und der ergibt sich da auch richtig große Mühe. Oh, das ist ein von mir. Der sieht auch immer eh nicht aus, die Offiziere. Aha. Scheiße. Komm ja nicht rein. Der kommt hier nicht rein. Aua. Was macht das da safe? Oh, oh, oh. Oh. Die haben ja aber beide weggefetzt. Seine letzte Granate war noch ein bisschen Killermäßig. Mal schauen, ob wir den wunderschönen AT-AT steuern dürfen. Ich hätte natürlich wieder Bock auf AT-AT-Steuerung. Haben noch 45 Truppen. Beides eingenommen. Sieht schon mal ganz gut aus. Und das ist immer ein verdammt scheiß schweres Ziel. E-Log. Oh, E-Log direkt. Oh, E-Wie nicht gespielt. So. Sehr nice. Okay, ist schon mal gebrochen worden. Mal gucken. So ein bisschen Killermäßig losgehen können. Boah, so ein Wichser, ey. Okay, nächste Klasse ist Sniper. Im Gebäude könnten wir natürlich immer den Schwerentruppler nehmen. Und außerhalb ist natürlich der Sniper angebrachter. Wie gesagt, die Waffen, die brauchen noch wirklich viele Kills. Ich glaube, 49 Kills muss ich noch machen. Das ist ja in der Hausnummer hier. Mit den Waffen, mit denen ich eh nicht so gut bin. Deswegen haben sie ja noch nicht die ganzen Skills. So. Da müsste ich runterherpassen, ne? Zieh den Kopf ein. Fliegen, Mann. Kann man auch gut Punkte mitmachen. Also halbwegs gut. Wiss ich, wer schießt denn da? Ein bisschen den Überblick verloren. Könnten sie uns ja verschaffen, ne? Da unten rennen sie rum. Seit Ober. Was war ich denn? Was war eigentlich der Plan? Das ist schwer zu erkennen. Das ist auf jeden Fall ein Offizier. Heftig. Haben wir es? Langsam. Aua, aua. Boah, wie schnell können die denn schießen, Mann? Wir werden es schaffen. Nein, der muss unterbrochen. Es bringt alles nix. Da muss der Wookie hin. Und der Luke. Oh, ich will das schaffen. Das ist so geil. Ich will dann den AT-AT steuern und so. Komm, mach doch Spiel. Ey, die ganze Runde ist vorbei, bevor du ankommst. Okay. Schaffen wir nicht drei. Halt dich wacker. Oh, wir war schlecht. Nicht geschafft. Oh nein, ich wollte doch abdrücken. Schade. Ah, hab ich mir auch nicht mit Ruhm gekleckert, muss ich zugeben. Da stehen sie oben. Ganz, ganz, ganz mutig. Scheiße. Da ist Bobi. Da war, glaube ich, die ganze Runde Bobi bestimmt. So. Ja, toll. Einen Kill haben wir damit. Mal sehen, da 83 Kills haben wir. Und 150. Alter, das dauert ja noch tausend Jahre, bis wir das frei haben. Persönlich keine Glanzleistung, wie immer. Nein, manchmal habe ich auch richtig gute Runden. Und dann haben wir jetzt die Verteidigungsrunde Endor. Das wird spannend. Das Ganze wieder als schwerer Truppler erstmal. Und dann geht es richtig rund hier. So, sorry. Bin ich wieder? Good first time to the podium in Galactic Assault. Lol. Wow, wow, wow. Ja, ich gebe jetzt alles. Die Waffe ist scheiße. Die ist nicht gut. Da bin ich keine Leuchte mit. Ohne den Todesstern ist die Flotte auf dem Rückzug. Und der Mond ist voller Rundfunk. Die hauen ab. Habt ihr gesehen? Okay. Wollen wissen die das? Das ist auch immer dieser Eingang, wo die mal reinkommen, ne? Boah. Das war schön. Boah, geil. Wächter Idiot. Steuerung der Kampfläuferbucht nicht zugänglich. Rebellen überbrücken Sie. Echt? Kämpfe wie blöd. Und die überbrücken Sie schon längst. Und auch keine Sau, ne? Ja gut, die bekommen nicht, weil es da explodiert die ganze Zeit, ist klar. Das Gegnerteam hat mehr als wir drauf. Oh, das hat die getan, ne? Aua, 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 aua. Ah. Hm. Lebt noch. Da habe ich mich gefreut. Boah, krass. Direkt erst mal pure Action zum Start. Boah, die nehmen uns sowas von ein gerade. Aber ich hasse es immer, bin ich im Arschloch-Team. Was immer einer auf den Sack kriegt. Nicht die Spieler sind keine Arschloch. Für Gottes Willen. Die geben ja auch alles. Alle geben alles. Okay, versuchen wir unser Glück mal da drin. Oh, das tat weh. Was war das denn vor einer, ey? Geh ruhig in Deckung. So, schade, dass man da nicht hochkommt, ne? Steuerung der Treibstoffstation in Gefahr. Da kann ich einer hinter mir retten. Ich höre sie da oben. Boah, es ist dunkel. Nichts zu pengen machen. Gar nicht, kein Sprengstoff. Treibstoffstation, wieder in Betrieb. Hallo. Keiner zu Hause? Kommt hier keiner? Ich höre ein. Ich habe ihn gesehen. Natürlich ein schwerer Truppler. Das kann nicht wahr sein, ey. Ich habe den Vorteil. Und er macht sein verhurtes Hurensohn-Schild einfach nur an. Und gewinnt einfach. Oh, das ist Adcent an dem Spiel, ne? Ich habe da auf die Beine geschossen. Hätte doch sterben müssen. Das war eigentlich so eine geile Posi, ey. Stoppen, ja. Natzen ist wieder so weg. Was haben wir denen entgegenzusetzen? Nix. Boah, scheiße, wir sind so auf den Sterben hier. Guck mal, der kommt um meine Ecke mit einem Treffer. Das gibt es doch gar nicht. Ja, leck mich am Arsch. Ja, was hast du denn wieder für ein Gegnerteam, ey? Wir haben viel mehr Kins als die. Jetzt müssen wir den kaputt machen. Hier, rege ich mich schon wieder auf. Das ist Kacke, weißt du? Da kommt um die Ecke tot. Gut, sofort. Es ist... Au. Ja, wo will ich hin? Ist die Frage. Boah, geht das hoch, ho, 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 ho. Ja, ich habe jetzt gerade aufgesammelt. Ist so klar. Das gibt es nicht, ne? So eine schöne Position. Jawohl. Jawohl. Das heißt, ich bin so geschützt, ne? Oh. Haben wir es da aufheben? Okay. Du hast mit einem Gewehr keine Chance gegen einen Offizier. Diese Offiziere sind einfach zu heftig. Die sind einfach viel zu heftig. Na, ohne Witz. Was willst du gegen einen Offizier ausrichten? Gar nichts mehr. Du hast keine Wüsse, oder was? Doch, Herr Leos. Okay. Okay. Könnt ihr mal auf den ETS schießen? Würdet ihr das hinbekommen? Scheiße. Ich gehe dem Nacken. Ich habe meinen Beobachtungsmodus. Ich will nicht gleich sofort... Ach, hier gibt es doch nicht. Da will wir doch mal fahren, hier der Penner. Aber nix damit überfahren. Wir haben einen verbündeten Ford. Identität ist streng geheim. Ihr müsst doch auf den ETS-Ti schießen. Hallo. Schieß doch auf den ETS-Ti. Ach, er hat nicht getroffen mit seinen... Oh, ey. Lauf rein in seinen Artillerie-Ding. Okay. Ich finde das immer so unübersichtlich, wo man ist. Mit dem ETS-Ti, weil er starb so seltsam. Und da schießt er die ganze Zeit auf mich, ne? Gibt es denn keinen Mensch, der auf ihn schießt? Aua. Ich will mich auch nicht überlaufen lassen. Man hat überhaupt keine Möglichkeit, irgendwo hinzulaufen. So, Entdeckung ein bisschen. Keiner schießt! Doch, ich hör's. Jawoll, das sieht gut an. Aua, aua. Boah! Alter, mit einem ETS-Ti zu zerstören ist schon schwer. Das ist schon nicht einfach. Ohne Witz. Da, der hat gelauert drauf. Boah, das war aber nicht schlecht, ey, von den Punkten her. Okay. Ich denke, den überhitzt einfach zu rasant. Das ist ja Evox, ne? Das ist ja Lümmels. Was erfasst mich denn hier die ganze Zeit? Erfasst mich durchweg was? Durch den Baum durch, oder was? Ganz hinten. Das marschiert. Wo, 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 wo. Ich muss um hier rein. Boah, was war das? Der hat nur mir, ey. Heftig. Ja, das geht schnell. Keine Angst. Aber ich mag lieber den Angriffspart hier. Der Verteilungspart ist schade. Scheiße, wollte ich gerade sagen. Nicht schade. Er ist ja ultra nervig. Jetzt war wieder ein Hampelmann und killt mich. Wett ich mit euch. Ich bin hier auch hier rein. Das ist ein Held, oder? Keine Fehler. Falt mir. Oder Yoda. Immerhin Yoda kill. Wo denn? Wo ballern die denn immer, ey? Meine Hand wieder. Hä? Was war jetzt los? Zwei Helden schon weg, ey. Nicht schlecht, oder? Ich weiß nicht, warum die Helden gerade immer bei uns sein müssen, jetzt. Achso, ich bin aus der Zeit raus. Vorsicht. Ich muss rein, das schaffe ich doch nicht mehr. Das war noch eine weite Strecke. Könnte ich da rüberhüpfen? Als dunkler Lord Vader. Boah, Gott sei Dank. Segelt vorsichtig hinunter. Meine Geduld hat Grenzen. Die Flotte hat eine Blockade errichtet. Wir halten sie hier fest. Will mich nicht opfern. Normalerweise kommen hier so viele rein, ne? Jetzt stehst du ja mal hier und hier kommt keine Sau rein. Aller Bemühungen sind nutzlos. Weißt du, was ich gemacht habe? Ein sterbender Wahnsinn. Leer down. Boah, aus der. Ein sterbender Wahnsinn. Sinnlos. Ach, wollte ich gar nicht. Trifft trotzdem. Mit Blocken habe ich den gequillt. Hammer, ne? Hammermäßig. Mit der Blurk einfach innerhalb von der Sekunde mich töten. Da könnte ich so kotzen an dem Spiel, ne? Dabei war ich doch jetzt vorsichtig und gut. Gär, ist das immer ein Ärger mit dem Scheiß, das weder und Helden misst. Die putzen dich eiskalt ab. Ey, wenn ich einen Held treffe, ne? Mach ich den, weiß nicht, krieg ich den down? Nie im Leben. Hau doch mal ab. Kampfläufer wird nicht langsamer. Da wird's schaffen. Da war der Yoda, ne? Kampfläufer in Position. Bereit zum Eindringen in die Basis. Rückzug in den Innenbereich. Die Rebellen wollen uns verhören. Sie wollen uns verlassen. Sie wollen uns einnehmen, bevor wir uns zerstören. Die Schiffe zuerst sind ganz bereit. Sie nehmen so viele Truppen mit wie möglich. Vielleicht sich alle töten so. Bleibt standhaft und kämpft. Das war schön. Der Krampfanfall. Tod. Oh Mann. Punktemäßig sind wir gut, aber der Gegner ist einfach stärker. Und der mogelt auch nicht. Kein Beschiss. Aber sie werden jetzt hier reinmarschieren und uns direkt den Arsch aufreißen. Ich hab gar nichts in der Mappe gelaufen. Boah. Was war das denn bitte? Das hab ich auch noch nie geschafft mit einem blöden... Ich lasse doch nicht auf der Bombe direkt. Ich bin bereit. Kein Treppchenplatz. Das werde ich nicht schaffen. So. Attacke. Oh, danke. Das ist cool, aber... Viel zu früh. Na, Held. Wow. Wo kommen die denn alle her? Was ist das für eine Scheiße? Wo kommen die auf einen Schlag alle her? 50 Helden. Mach mal 70, 69. Alles top Spieler. Wir haben keine Chance. Äh, 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 äh. Die sterben nicht. Ach du Arsch. Fuck. Was ist denn los mit meinen Trupplern heute los? Sind meine Truppler irgendwie kaputt? Da steht ja in der Tür. Wie frech. Wie frech ist das bitte? Und wir haben keine Chance. In wenigen Sekunden ist alles verloren, wenn ihr sie nicht ausmacht habt. Wenn ich da stehen würde, würde ich innerhalb von zweihundertstel Sekunden einfach nur tot sein. Rebell macht geschehen. Du kannst sofort reinstecken. Frech. Die Basis ist verloren. Flieht in den Wald. Oder findet die Rebellen um Gnade. Ich habe keine Schnitte gehabt. Gar keine Schnitte. Das ist echt schade manchmal. Das ist echt heftig. Und das kann doch nicht am Team liegen alles. Ja, mein, das wäre, da wird einfach mal von so einem Blurk mit zwei Treffer getötet. Und die können da die halbe Runde mit, ach, die ganze Runde mit rumeiern. Das geht doch nicht. Unrealistisch. Da, guck mal hier. Haben wir bei beiden ein bisschen was geschafft, aber nicht viel. Boah, braucht ihr noch viel? Tatooine. Oh, geil. Genial. Oh, endlich mal wieder. Aber mit den Runden wird es echt hart. Scheiße. Naja, aber ich gebe alles, ne? Ich gebe alles. Fürs Team. Was denn hätten das so lange da? Natürlich halt schwerer erstmal. Und der braucht am meisten Kills, der andere Kerl. Da sind halt nicht die Klassen, die am meisten Punkte machen. Das ist ja das Schwierige daran, ne? Und was haben wir? Neue Teams auf jeden Fall. Schwerer Truppler. Ganz schwer. Zehn Kilo mehr als andere Truppler. Jetzt geht's um die Wurst. Jetzt geht's um die Wurst. Oh, ich hab' noch Kaffee. Geil. Da wollte ich noch gar nicht. Unser Leben für das unserer Freunde. Wir sammeln uns am Schrottplatz in der Kantine. Rückzugfalt erforderlich. Halten den Schaden überschaubar. Zivilisten hier wollten keinen Kampf. Ich lauf' denen hinterher. Ich hau' mit ab. So. Da muss nah an den Gegner kommen mit dem Scheiß-Dien hier. Das hätte ja was werden können. Was ist das mit der gleichen Waffe? Der bessere Karten als ich. Werfe Kralate! Boah. Da sag ich jetzt mal nix zu. Das hab ich gewonnen. Wir geben den Schrottplatz noch nicht auf. Wir brauchen Verstärkung. Ja, will ich ja auch. Oh, ich war Eigenbeschuss. Schrottplatz verloren. Ultra-WDKP. Oh, ich werd' gescannt. Oh, der Umbau irgendwie noch nie. Wow. Nein, ich runterspringen. Ich geh' zu früh. Help. Über die Bande. Ja, überall Schritte. Das sind auch meine eigenen Truppler. Oh, war ich das? Nee, ich bin bei euch. Ultra. Aber ihr seht hier, überrennen uns. Das ist doch ein ganz neues Team. Das kann doch nicht sein. Wir waren doch gerade fast leer, die Runden. Ey, wir schießen auf mich. Das waren doch ganz, ganz frische Runden. Ja, ganz so frisch waren sie scheinbar nicht. Wo ist das da? Ist das? Ich will's ja mithelfen, um zu halten. Aber es sind ja überall Gegner. Oh, nicht angehittet. Wir haben mit Kredate. Kein sicher Elite-Kämpfer im Einsatzgebiet. Achtung. Oh. Krass, Alter. Was für ein Team, ey. Du hast ja keine Schnitte gegen. Aber es macht Spaß. Man muss das mal auf der Seite sehen. Oh, der Kaffee. Da hat man keinen Erfolgsdruck. Man kämpft einfach nur blöd. Ich schaffe es aber langsamer. Also, wir halten das wecker. So halbwegs. Also, wir halten es gar nicht. Wir müssen so verkackt weit latschen dafür. Was ist denn hell, ne? Das ist weg. Das schaffen sie ja jetzt. Boah HP, boah HP, boah HP. Oh. Oh. Du triffst und triffst, aber ich stirb nicht, ne? Wow. I have no chance. Aber ich kann den LTS hier jetzt in den Arsch treten. Aber der kann ich so viel auch noch gut spielen. Puh, was für eine Runde, ey. Fängt jetzt schon kacke an. Gegen eine Luft da. LTS-T? Da ist nämlich keine Rakete mehr. Da ist er für mich zugeflogen, kam gerade, ne? Irre. Das war dumm. Das war äußerst dumm. Noch weh, ich schaue. Bomber! Ich wollte den Bomber, äh, den, den LTS-T im Arsch treten. Jetzt muss ich da in der Luft kämpfen. Ich will das aber nicht. Ich hab gehört, ihr könnt Verstärkung gebrauchen. Na. Ich weiß nicht, irgendein anderer hat den Bomber zuschossen, als er in mir eingedrungen ist. Weiß ich komisch an, ist aber so. Ist er denn LTS-T irgendwo? Der Bazaar ist gefallen. Am Auktionshaus sammeln und Stellung halten. Ich bin raus. Das ist schwer mit den Raketen. Die fliegen nur gerade. Mein Gott, ne. Du, 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 du. Du gehst sofort angezielt. Oh, letzte, letzte Sekunden. Sie brauchen noch Zeit. Fangt die Sturmgruppen ab, bevor sie Sprengsätze an den Schiffen passieren können. Das war noch... Das war's mir noch wert. Lass du vier Sekunden kommen. Tiefer am Boden. Kann keine Rakete. Geil. Aber überlebt. Als Flieger. Unten auch ein ATS-Tier weggeputzt. Ach, ich liebe Fliegen in dem Spiel. Wo bin ich denn? Oh, hier hinten. Das ist scheiße zu verteidigen hier. Muss ich zugeben. Schwierig. Ich weiß gar nicht. Das ist immer so stressig hier. Falsch. Oh, geil. Könnte öfter passieren, bitte. Boah. Keine Chance gegen den Arsch. Warum sind die Helden immer bei mir? Also ich verstehe das nicht. Die sind schon am... Äh, wie sollen wir das denn stoppen, wenn die das innerhalb von einer Sekunde so verlegen? Wir beschützen's jetzt. Da kommst du nicht liebend raus, mein Freund. Überlebt das! Unfassbar! Ja, die pack' ich mir noch. Komm. Boah. Vollstrecker versus Vollstrecker. Keine Schnitte hier, ey. Was ist los? Treppchen, ey. Kein Treppchen. Keine Chance. Boah, ist das eklig manchmal, ne? Wie heißt der? PocoLoco. Nur wieder mal ein bisschen was geskillt. Herausforderung auch ein bisschen mehr geschafft. Boah, gar nicht so schlecht. Dann mach' ich ja schon Spaß, einfach nur Action zu machen. Aber wenn's dann immer nur negative Auswirkungen hat, wie wir verlieren, macht das keinen Spaß. Wow. Kriegen wir denn Credits hier? Ist ja irre. So, hier könnten wir hier was verändern, ne, ne? Die ist geil eigentlich. Aber ich bin so zufrieden, wie er eigentlich ist, tatsächlich. Hier hat er Kopfkürtjäger. Du erhältst eine Hütte, rattern Kampfpunkt. Das ist auch mal schön. Das würdest du merken, wenn du das wegmachst. Meisterschütze. Du, wenn du ein Gegner per Kopftreffer, Blödsinn. Verringert den Schaden durch Explosionen und Toxine. Auch immer geil. Wenn du einen Gegner im Nachkampf besiegst, Blödsinn. Du erhältst eine geringe Menge Punkte für jeden Treffer, den du erleidest. Und das wäre bei mir ganz gut. Ja, das ist schwierig. Die Karten haben immer was Positives und was Negatives gleichzeitig, ne? Das ist immer das Schwierige. Aber du gewinnst was und du verlierst vielleicht irgendwas. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir jetzt verkacken. Mein Team ist ja auch leer. Wir sichern die Ansiedlung und alle Bewohner Schritt für Schritt. Beginnend mit dem Schrottplatz und der Kantine. Zivile Verluste sind akzeptabel. Okay. So. Ich will keinen Zivilisten töten. In falsche Richtung. Ihr habt gewendet. So, jetzt renne ich in die Arme der Gegner. Weiß ich jetzt schon. Ach man, das sind wir dann nur KI. Das ist immer so gemein. Ich wäre doch schon wieder tot gewesen, ja? Fahrt sie dich? Da oben sind sie. Da müssen wir rein, in den Ort. Viel zu weit. Nein, der war in die Ecke gekommen. Aber der war ganz entspannt. Der war ganz entspannt, der Typ. Meine Taktik war die falsche. Erst einen dicken Blaster rausholen. Oh, der Typ ist ja fast leer. Kein Wunder, dass wir hier so keine Schnitte haben. Dass wir immer ran werden, können wir ja gar nicht. Wir würden ja nur gut verteidigen. Schön. Na, den Liefer. Wow, wow, wow. Hä? Deswegen hat das nicht Zeit gelassen jetzt. 1100. Ich lese es ja gar nicht erst vor. Also, sie machen uns gerade mal rund. Sagen wir mal so. Wo schießt du denn? Ich habe keine Saal. Keine Chance. Einfach keine Chance. Was soll ich denn? Ich habe jetzt was anderes, was Falsches gewählt, ja. Aber wenn wir keine Leute dazukriegen, dann ist das ja aussichtslos. Immer verlieren wir langsam mal Leute dann. auf, wenn wir mal raushauen. Er redet da mit dem Schild rum. Ah, ein bisschen weit vorgesagt. Toll. Nein! Idiot. Hä? Die explodiert nicht? Mein Gott, nee. Ach, was mache ich denn? Dummkopf. Wenn ich nichts mit dem will. Wir nehmen was ein. Ist das ein Ding? Oder ist das ein Ding? Häng fest hier. Tisch. Da kommen sie. Aber ich komme auch von da. Okay, super scan. Oh! Ein Frontkämpfer-Wichser wieder, ey. Mann. Hier, den will ich jetzt haben. Nicht den. Fick, ey. Hast du doch keine Schnitte. Weil ich brauche mehr Kills mit diesen scheiß Waffen. Die brauchen noch so viele verdammte Kills. Ich bringe den Sektor ein. Komm, wir fliegen uns vielleicht entgegen. Ah, ne. Der versatzt sich den anderen jetzt hier. Geschnappt. Vielleicht Donner-Chance. Keine Pedos. Reparier doch. Ah. Ach, ich habe den Pipi-Bug. Der piept jetzt immer. Weil zwei Leute auf dem Map rumlatschen. Von unserem Team. Oh, das ist hell, ey. Das ist ja gar nicht. Taktik-Taktik-Taktik. Taktik-Taktik. Boah. Aber das hat gerade irgendwie keine Möglichkeit. Komisch. Nähere mich dem Einsatzgebiet. Rahn. Ausgerahnt. Da ist ein RTS-Tief gefallen. Aber wir sind drin. Nein. Schlecht. Ich dachte, wir wären drin. Boah, guck mal die Punkte an, ey. Versagerrunden einfach nur. Was willst du machen? Ja, so macht Battlefront keinen Spaß. Wenn das Balancing hier mal wieder eindeutig nicht funktioniert. Aber gar nicht. Also überhaupt nicht. Aber gehört einfach dazu. Das ist EA. Das erwarten wir auch. So. Persönlich, da haben wir wieder ein bisschen was geschafft. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dann.